Ja, Leute, coole Shisha übrigens, oder? Eigenbau. So, um was es geht ist, ich habe mal wieder ein bisschen Zeit und ich habe Bock mit euch ein kleines Projekt zu starten und es geht um folgendes. Ihr macht einen Track, macht einen Part drauf, macht von mir aus auch zwei Parts drauf, macht eine Hook drauf, wenn ihr wollt, oder lasst die Hook frei, je nachdem, ob ihr coole Hooks machen könnt oder nicht. Ich bin ja nicht so der Hook-Spezialist, muss ich sagen. Und dann schickt ihr den mit einem freien Part und dann werde ich da auch einen Part drauf kicken. Mische es am besten selber, dass ich nur noch meinen Part mischen muss. Und dann kommt das alles, alle eure Tracks werde ich dann sammeln. Ich werde dann anfangen, Texte zu schreiben, ich werde das aufnehmen, ich werde dann ein paar coole Lines drauf kicken. Und dann werde ich das Teil zum freien Download anbieten. Ihr dürft die Tracks natürlich auch einzeln auf eure YouTube-Kanäle oder sonst wo hochladen, ist mir dann auch egal. Auf jeden Fall werde ich das, wenn es fertig ist, dann als fertiges Download-Paket zum Download zur Verfügung stellen. Wartet dann noch bitte darauf, bis ihr den Track releast, bis das Teil dann als ganzes Paket oben ist. Dann könnt ihr es halt auch überall hochladen. Ja, was gibt es noch? Ach ja, am besten nicht so deepes Zeug. Macht nur Battle-Track oder Themen-Tracks oder Storyteller oder was ihr wollt. Von mir aus kann ein, zwei Deep-Tracks dabei sein. Aber wenn ihr eher so die Heulsusen-Rapper seid, dann macht es ruhig, aber am besten macht ihr Battle-Tracks. Die Beats, ich rappe gerne so zwischen 80 und 100 BPM. Könnt natürlich auch was anderes nehmen, aber ich sag euch nur so mal meine Vorlieben, sag ich jetzt mal. Und ja, wenn ihr Bock habt, macht mit. Ihr braucht euch nicht großartig anmelden. Sagt einfach, ihr seid dabei. Und dann schickt ihr mir einen Track. Ich würde mal sagen, Zeit, dass ihr die Tracks fertig habt, bis 1. März. Dass ihr mir dann alle zukommen lasst. Und dann Ende März werde ich auch alles fertig haben. Je nachdem, wenn ihr mir schon übermorgen schon 10 Tracks macht, werde ich mich natürlich direkt an die Arbeit machen. Und dann ist das Ding auch früher fertig. Und ja, ich werde immer die anderen Pameraden fragen, ob die meinen Parts noch dabei steuern. Und dann wird das auf jeden Fall ein cooles Ding, hoffe ich. Bis dahin, stay Pam.